ja hallo Leute hier wieder euer Toze mit Let's Play Skyrim die Unendliche wir sind hier bei dem Quest der Segen der Natur und wir müssen Nesselfluch in unseren Besitz bekommen wir zeigen das auf der Karte wir sind da knapp davor nämlich hier müssen wir hin und wir haben da im Hintergrund schon gesehen da bewegt sich was ganz geschmeidig ja nämlich eine Zauberin oder irgend sowas und ich rüste mich gleich einmal und ja was werde ich da ausrüsten ja natürlich ein Schwert Blödsinn das Schwert des Himmelschmiedstahls und in der linken Hand unsere Tremoras und dann gehen wir mal ganz da oben ist sie seht ihr das da ist wer und wir spawnen einmal die Tremoras glaube ich das ist zu weit weg wir können dann nämlich auch weil wir sind ja verzaubert wir haben da das Feuereis Drachen Schild und laufen mal kurz darauf zu da machen uns die Zauberer auch nicht so viel aus ah ein Feuer haben sie wo ist denn der da oben seid ihr bereit ihr meine Sachen mit eurer Vernichtung oh Eis wir sollten uns kurz einmal heilen die Heilung in die Hand links die haben uns auch schön einmal eine bittliche Macht starke Heilung blödsinn das ist da unten unten schließen ja genau da oben ist sie da komme ich nur über den Balken seht euch das an Leute die haben einen Zweigling geopfert ja kann das sein ja verflixt und zugenäht ja ich kann auch nichts anderes tun als das Zeug hier mitnehmen ja okay ja ein Zweigling die sind zwar unangenehm ja möchte ich nur noch sagen weil die wissen nicht zu unterscheiden zwischen gut und böse Meko wie geht es denn dir Meko wie geht es denn dir Meko wie geht es denn dir der heilt sich gerade schnell ja schnell selbst starke Heilung in die Hand und dann heilt die dir kurz einmal ja passt auch Wilkers du okay gut so dann durchsuchen wir das hier einmal Pfahlwurzel okay du bist ein armer Tropf wir müssen da runter ja so Nesselfluch war das da schon ja cool das ging ja recht rasch wenn ihr äh wenn ihr wollt dass es ein wenig schwieriger ist müsst ihr mir sagen ob ich auf die Tremoras verzichten soll oder nur einen spawnen oder die Schwierigkeit ein wenig erhöhen aber ich denke mal ich spiel das jetzt wegen den Storys einfach so mal durch weil das kommt mir gerade gelegen wenn ich ja ja so wie heute wieder mal einen kurzen im Tee hab da schauen wir uns das an was ist denn das au weh die hier haben es auf die Zweiglinge abgesehen ohne Ende fuck was ist denn das für ein Böser das können wir mitnehmen das ist wieder mal für nix und was für ein Böser Clan ist denn das die haben dem Skelett das Gold auch nicht abgenommen ha 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 da hängt was hängt denn da ja ich kann das jetzt leider nicht erkennen was ist denn das was ist denn das jetzt da die Karotte kannst du ja kalt na klar Musik ist aus und ah das mache ich jetzt nicht adept und so ja blödsinn großer Sack Kartoffel Doppel und schlafen tun wir auch nicht wir werden dann noch die anderen zwei die wir da hatten kurz einmal abchecken oder wir machen das ganz anders ich mache hier einen Schnitt probiere das aufzukriegen und dann schauen wir weiter bis gleich so und offen ist sie ja Schlossknacken 42 und da sind nur 20 Gold drinnen egal wir haben es geschafft zwei Dietriche wie immer Dietriche wie immer und wo sind denn die anderen Opfer hier da schaut uns ein Totenkopf entgegen und diese coole Hintergrundmusik ja die haben da alles was sie in die Finger bekommen haben aufgespießt jetzt frage ich mich kann unser Hund da was suchen und erfinden oder wie oder wow das war eine Rune ja hat auch schön Bums gemacht Gold ich glaube der ist da auch reingelaufen und diese Dinger können wir nach wie vor nicht mitnehmen also Runen setzen das wäre auch recht witzig da ist eine Falle die habe ich jetzt glücklicherweise gesehen was normal nicht so der Fall ist wir laufen da blöd jetzt durch die Gegend gell irgendwie voll die Übersicht verloren ja ich glaube ich muss da kurz einen Schnitt machen um zu checken wo die ganzen Leichen jetzt sind ja seht ihr das Blut und schon wusste ich es doch ich wusste es doch ich checke mal die Lage und melde mich gleich wieder ok ja und die erste Hexe habe ich da hinten gefunden ja die haben wir ja schön zerlegt und die Robe mitgenommen und dann auch gleich noch das Zeug und warum ich gleich hier einschalte ich wollte euch nur das hier zeigen was ist denn da schon wieder passiert Stahlhelm Stahlhelm Skelett was hat denn der Junge da in dem Baum verloren also mysteriös, mysteriös und ich komme da auch nicht weiter rein und das Zeug kann ich auch wieder nicht nehmen irgendwie ja blöd ja den Geldbeutel na ich mache das anders wie haben wir da wo sind denn unsere Zauber überhaupt Feuerblitz, komm her so ist das jetzt besser natürlich klar Doser Entschuldigung ich habe schon Respekt vor Toten Leute so ist es nicht aber ich komme zu dem Geldbeutel nicht hin egal gut so zurück auf die Karte und dann wo ist jetzt wir sind hier und müssen jetzt daher wieder zurück ok nach Weislauf auf gehts Leute ja es gibt da ein Haufen von ganz bösen Typen in Weislauf ich glaube alles was Zähne hat Clown oder ein Zauberbuch will uns umbringen was ein Schwert in der Hand hat das haut auf uns ein ja so demütlich wie sich das anhört hört ja ist das nicht aber Gott sei Dank haben wir eine coole Rüstung aber die hauen ja auch schön rein habt ihr gesehen plötzlich zwei, drei Treffer und ja steckt das Schwert weg wir müssen da jetzt rauf wir müssen da jetzt rauf da ist alles noch in bester Ordnung da kommen wir schneller hin ja und um dich kümmere ich mich auch noch junger Freund ja ok es macht keinen Spaß ständig nur herum genau ja das denke ich mir deine Freundin knöpfe ich mir auch bald mal vor und ja da rein auf gehts wenn das jetzt wieder nur ein Teil eines größeren Quests war ja wuhu Leute dann kann das ja noch dauern ne und wie gehts dir? naja äh nicht sehr gut scheint so leider nun habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? yes yes ich habe ich nun ich hatte nicht damit gerechnet dass ihr wiederkommt aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh nun ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen könntet ihr euch vielleicht um alles weitere kümmern? ja super was muss getan werden Ahnenschimmers Heiliger Hain befindet sich östlich von hier ihr könnt Nesselfluch verwenden um etwas von seinem Harz zu gewinnen abgeschlossen bringen Nesselfluch zu ja habe ich richtig gehört dass ihr zum Ahnenschimmer Hain reist? Maurice ja Maurice Maurice Yondrell ja kann ich dir helfen ich bin ein Reisender ein Pilger ich folge der Stimme von Künarit wo auch immer man sie hören kann ich träume schon seit Jahren davon Ahnenschimmer zu sehen darf ich an eurer Seite reisen? ich verspreche auch nicht im Weg zu stehen ja ja das das habe ich schon öfters gehört ich möchte lieber alleine reisen je mehr desto besser denke ich mal schließt euch mir doch einfach an ja ihr seid zu freundlich wo laufst du jetzt hin? ja bist jetzt da und Wilkas ist auch da jetzt haben wir ja wir sind ja eine völlig coole Partie hier schauen wir euch mal nach auf der Karte wo das jetzt ist wo ist denn der Marker? oh schon wieder in der Pampa irgendwo sind wir da? Ahnenschimmer Heiligtum waren wir da schon? Dunkelwasser Kreuzer da ja genau Festung einmal von dahin könnten wir kurz cool einmal reisen ok das verschieben wir aber natürlich auf das nächste Mal weil die Zeit ist wieder einmal um bringe Ahnenschimmer Harz in deinen Besitz wie gesagt die Unendliche hat nicht umsonst den Namen die Unendliche ein Quest jagt den anderen in diesem Sinne Leute mit einem kurzen Rundenblick unseren neuen Maurice Jondrell Begleiter ja wir haben noch immer unseren Hund der ist mittlerweile noch nicht gestorben ich habe ihn noch nicht getötet und ja Wilkas ist auch noch auf den Sprung wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann wenn wir uns ja das Harz holen und ja der Tempel ist ja auch nicht so schlecht finde ich cool hier schönen Abend nochmal euer Toso Ciao